Musik Heute gibt es hier im Kongressom in Dortmund eine weitere Aufgabe der Night Stars. Und der Star heute Nacht ist kein geringer als die wilden Kirchen. Und wo er auflegt, da ist wahre Stimmung garantiert. Und genau wie wollen wir heute miterleben. Das war die Jungs Chiara. Seid ihr heute extra wegen der Lünzenkirchen hier? Ja! Freut ihr euch riesig, ihn mal zu sehen? Ja, klar! Was ist denn das Geniale an Lünzenkirchen? Freitag gemacht! Musik 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 Drei Tage wach! Nächster Partikoppel stimmt! Drei Tage wach! Und du wirst jetzt auch drei Tage wach sein, wenn du Lüftenkirchen gehört hast? Ah ne, ich muss morgen arbeiten, also eher zwei Tage wach! Aber fahrt wir heute jahren auf jeden Fall! Fahrt wir auf jeden Fall! Musik Musik Siehste, was ist das Coole an elektronischer Musik? Ich weiß nicht, man kann einfach so abgehen, es ist brutal, vor allem so, es ist einfach so ein Kultenklub. Man kann so abgehen, man kann so abgehen, es ist einfach so ein Kultenklub. Und wir würden hier morgen, dass die Kultenklub mit dem Kulten gehen bleiben. Wahnsinn, Stimmung hier! Und wenn Lüftenkirchen wieder mal im Land ist, dann müsst ihr auf jeden Fall auch in die Kultenklub lassen. Musik 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 Vielen Dank.